Jürgen lieben Freunde zu dem Aspekt und heute mal ein lief von um von der Straße das Studium das heißt Kinder mit Gefühlen das geht Buh, Ecofresh du musst überhaupt mal mit deinem Vater reden das ist eine Brennheit hier, was du ablieferst was findest du dir eigentlich ein hier, die auch noch nach von letzter Woche ablieferst selbst und selbst unglaublich so, dann kommen wir mal zu dir wollen wir doch mal sehen was da so passiert ist in den letzten Unterrichtsstunden am besten packst du gleich mal deine Hälfte aus oder komm doch am besten gleich mit an die Tarte wollen wir doch mal sehen ob da was hängen geblieben ist in diesem nein was du überhaupt deine Hausaufgaben gemacht hast ich sehe da ja mal wieder mal nichts passiert überhaupt gar nichts was ist los mit dir Taffikinder stehen aufbrechen jede Regel schau mir in die Augen wenn ich mit dir rede wir sind voll auf jungen locken Menschen mit einer Seele keine Sonne zu allem wenn ich auf dem Fenster sehe vielleicht fühlt er sich wohl wenn er an die Tappen vorgeht aber juck es nicht was da in ihm vorgeht wir sind immer ruhig jetzt nicht los damit bis ihr mal begreift das wir eure Zukunft sind weil die Kinder mit Gefrieren sind nein ich bin kein Testament der Menschen zeigt die Blicke von den Anderen denn ich bin intelligent diese Blicke nach dem Motto Junge was machst du denn hier hast du dich an der Tür geiert nein der ist so der ist nicht hier halt die Klappe komm mir nicht schon wieder mit dem Blöden fach mein Vater ist wieder am Knast doch hat er einen Tönerladen nein ich schau nicht seinen Füller guck mal ich hab selber einen doch wenn ich dann versteck für ihn als wäre er aus Elfenbach nein ich habe kein Wort auf das Melden wenn die halbe Klasse hofft dass ich mich verspreche und wenn ich gute Noten schreibe sind sie alle neidisch denn dass ein Ausländer besser ist ist ihm peinlich viele von den ganzen sind nur oberflächlich nett doch in echt winken wie der Ausländer der Welt denn für sie ist Gymnasium ein Ziviles und jemand wie ich ist da nur im Weg und ich kenn so lange bis diese Welt noch lebt euch ist egal wie es um jungen Menschen geht ey oh ey oh ich kanns nicht mehr weil wir Kinder mit Gefrieren sind Kinder mit Gefrieren sind ey oh ey oh ihr seht es nicht versteht es nicht weil wir Kinder mit Gefrieren sind weil wir Kinder mit Gefrieren sind was ist mit dir? du guckst ja auch so blöd wollen wir doch mal sehen ob in dieser Perne mehr vorgeht weil wir Kinder mit Gefrieren sind weil wir Kinder mit Gefrieren sind gestern war das große Spiel doch wir wurden abgezockt ähnlich wie beim Pokerspiel so viel trainiert dich nicht täglich die Runden denn einen Sieg hätte ich mega gewonnen zehnte Minute was macht dieser Trottel denn? kriegst du halt rein? ich hätte ihn auch boxen können ausgewechselt dachte sie muss allein in den Kampf gehen und ich die Niederlage von draußen mir ansehe weil wir Kinder mit Gefrieren sind ich kam gestern heim das erste was ich sah meine Mama am Weit ihr Auge war blau die Schminke verschmiert meine kleine Schwänze kriegt denn sie war bewirkt seit zwei Jahren diese Lage lockert sich nicht auf denn mein Vater lag wieder besoffen auf der Kau er hat sie wieder gehauen ein Leben im Regen wenn ein Kind nicht mehr lacht sind wir jenseits und edel und ich kenn so lange bis diese Welt noch lebt euch das egal wie es um jungen Menschen geht ey oh ey oh ich kanns nicht mehr weil wir Kinder mit Gefrieren sind Kinder mit Gefrieren sind ey oh ey oh ihr seht es nicht ihr versteht es nicht weil wir Kinder mit Gefühlen sind Kinder mit Gefühlen sind weil wir Kinder mit Gefühlen sind aus dir wird gar nichts du bist eine komplette Null der totale Versager weil wir Kinder mit Gefühlen sind denn auf die jüngsten saufen mein bester Freund kurz gestern 15 er hat gemeint Bruder Lars mal ne Pulle holen wenn ich Jenny abfülle wird sie mir einen runterholen also alle nie zusammen ich hab verzichtet weil ich weiß dass Alkohol den Körper hat vernichtet er hat überfrieden die anderen auch und der Auge geht im Garten raus weil wir Kinder mit Gefühlen sind mein Bro war mal wieder gänter bei mir zuhause und wir schocken Pfeffer real wie im Wasser er musste dran rauben hörte ich sagte jetzt denn die Welt ich muss ankaufen ich sagte nein mein Geld kriegst du nicht wenn du mein's los so kenn ich dich nicht er hat ihn verkauft und so hat er verkauft wir sind Kinder mit Gefühlen so sieht das aus und ich glaub so lange es gibt die Welt noch nicht aus dem Jahr die Welt ich bin ein Mensch wenn ich ey oh ey oh ich kanns nicht mehr wenn wir Kinder mit Gefühlen sind wenn wir Kinder mit Gefühlen sind ATE wenn wir Kinder mit Gefühlen sind wir sind nicht wir ist nicht wir sind nicht wir sind nicht wir sind nicht ill es wird den Wenn uns das Video gefallen hat, dann lass doch am besten einen Daumen hoch da. Oder noch besser ein Abo. Einen Link von dem Lied packe ich trotzdem noch in die Beschreibung. Und ja, dann sage ich, das war schon wieder Förderung. Und deshalb sage ich, tschau.